Dieser Videoclip erklärt, wie Sie Grafische Überschreibungsregeln im Dialog Grafische Überschreibungsregeln bei Archicad 20 bearbeiten können. Der Dialog Grafische Überschreibungsregeln bietet Ihnen die Möglichkeit, eine oder mehrere grafische Überschreibungsregeln zu bearbeiten. Um eine einzelne grafische Überschreibungsregel zu bearbeiten, wählen Sie diese im linken Dialogteil aus. Der rechte Teil zeigt die Einstellung an, die sie enthält. In der rechten oberen Ecke wird die Anzahl der in Bearbeitung befindlichen grafischen Überschreibungsregeln angezeigt. Um den Namen der Regel zu verändern, brauchen Sie lediglich das Feld Name im rechten Teil zu modifizieren. Um die Kriterien der Regel zu verändern, verwenden Sie bitte das Paneel Kriterien des Dialogs. Unter Verwendung der Taste hinzufügen, können Sie eine beliebige Anzahl von Kriterien hinzufügen. Sie können die Kriterien löschen, indem Sie diese innerhalb der Liste auswählen und dann auf die Taste Löschen klicken. Bitte beachten Sie, dass das letzte Kriterium nicht gelöscht werden kann, da immer zumindest ein Kriterium vorhanden sein muss. Um den Überschreibungsstil der Regel zu verändern, benutzen Sie bitte das Paneel Überschreibungsstil des Dialogs. Sie können beliebige Kästchen in Verbindung mit Linientypen, Stift und Oberfläche aktivieren, um die betreffende Überschreibungsregel zu aktivieren oder deaktivieren und die Option auf die gewünschten Werte einzustellen. Wenn Sie eine der drei vom Umbaufilter erstellten grafischen Überschreibungsregeln auswählen, wird das Feld Name wie auch die Kriterien ausgegraut, da diese aufgrund der eingebauten grafischen Überschreibungsregeln nicht verändert werden können. In Verbindung mit diesen Regeln können Sie die Felder nur im Paneel Überschreibungsziele modifizieren. Mehrere grafische Überschreibungsregeln können in der Liste auch unter Verwendung der Ihnen schon bekannten Auswahltastenkürzeln von Ihrem Betriebssystem ausgewählt werden und dann in einem Schritt verändert werden. In solchen Fällen wird das Feld Name ausgegraut, da alle grafischen Überschreibungsregeln einen eindeutigen Namen haben müssen. Es können jedoch alle Felder der Paneelkriterien und Überschreibungsziele bearbeitet werden. In den ausgewählten grafischen Überschreibungsregeln werden nur die modifizierten Felder verändert. Diese Methode erweist sich als nützlich, wenn Sie mehrere grafische Überschreibungsregeln erstellen möchten, die sich nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Bitte beachten Sie, dass Veränderungen an beliebigen grafischen Überschreibungsregeln in diesem Dialog nur ausgeführt werden, wenn Sie zum Verlassen des Dialogs auf die Taste OK klicken. Gitarrenkirchen Gitarrenkirchen Vielen Dank.